so leute eine runde tsch heute wird wahrscheinlich auch meine letzte runde sein ich aufnehme nein ich hätte viel ach komm muss jetzt wirklich noch hätten viel kommen ich habe kein bock mehr und wenn meine plucks angezeigt leute ich hasse henfield ja es wurde geweeber aber es ist immer noch schlimm die fenster sind einfach nur schlimm die sind stark die zu stark ein pfeil ich hätte die super drücken dürfen ich glaube der wollte es gerade verschließen ich habe die runde eh schon aufgegeben wegen hätten ja dann weiter ok der haut aber die der haut aber die paletten ganz schön schnell um also der ist nicht so gut und ich liebe ich wenn das klappt ja jetzt haben sie den schrank zugemacht was gibt es ähm ähm äh äh ich habe schon erwähnt dass ich henfield haste ach ja ich äh ich hatte henfield habe ich schon erwähnt ach henfield hier ist auch keiner wo sind die menadio als schönes bei dredge kann ich immer schon in die nade ha 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 Funktioniert deine schöne Taschenlampe nicht? Und der ist dann das halt echt. Funktioniert deine Taschilampi nicht? Oh, hättest du nicht gedacht, dass der Killer Lightball mitbringt? Vielleicht bin ich auch eine Hackerin, kann ja auch sein. Komm, mach's gut, cool. Geil gemacht, bin super. Keks'n Keks. Hast du toll gemacht. Ähm, ja, wie hieß der Typ nochmal? Adam. Da ist zu heiß mit Binks Arena Light dabei. Wir gehen, ich seh keinen Barbecue. Dort hinten. Da hinten war einer in der Ecke. Drei. Ja. Ah ja. Ähm. Ja. Wo ist die denn? Ich weiß es nicht. Wo ist die Kate? Ach, hab ich sie gefunden in der Baum? Ausgetreu. Wie hab ich das so gemacht? War die weiß? In der Ecke? Ich weiß es nicht. Fenster. Ich warte immer noch auf dem Killer, der Fensters verspürt. Ja, Kate, wie hab ich dich bloß gefunden? Wie kann das sein? Komm her. Ähm. Ich kann es erklären. Hier ist einer. Ich hab grad hier eine gesehen. Ähm. Auf damit. Auf damit. Wo krabbelt die jetzt gerade hin? Ähm. Kate? 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 Ah. Ah. Meck. Nehm ich den Meck? Ich will jetzt die Kate haben. Kate? Nein, die hat Wildpferd. Oh nein. Hier oben ist kein Haken. Oh, hier oben ist kein Haken. Ähm. Ne. Schaff ich nicht. Ich hasse dieses Perk. Ihr müsst euch mit diesem Perk nur irgendwo hinstellen, wo wenig Haken sind. Oder halt in irgendeinem Haus oder so. Äh. Ich, ich, ich krecke ihn nicht mal am Haken. Das, das Perk ist so stark. Und dann, ich glaube, was ja ohne ein Effekt ist von dieses Perk ist halt, äh, ja, ähm. Mach, mach die Haken auch weg. Ähm. Ich kann's erklären. Felix, du bist jetzt tot. Wenn ich dich jetzt nochmal kriege. Ja, spring. Nein, der Felix. Zum. Zum Glück habe ich, äh, paar nicht zu starke Survivor-Katapone, weil die Map ist echt schlimm. Ich hasse die Map. Ich hasse meine Karin. Felix. Upsu. Ja. Zum Trotan. Der Verwuchert ist. Ich hab diesen In-Skin jetzt mal gespielt. Hat sich glaube ich noch gar nicht ein Video, ähm, wo der ein bisschen so mit Pflanzen ein bisschen in der Blutwort ist. Oh, und der heilige Pump ist tot. Keine seiner Entwenden, da geh ich noch hin. Leider ist da kein Dings in der Nähe. Kein, ähm, Schließschrank. Hi. Was geht? Wollen wir Freunde werden? Oh, Adam. Ich will doch nur spielen. Ich bin doch nur ein kleiner Trotan. Ich mein, ich seh'n bisschen komisch aus, aber ich bin ein Trotan. Hier ist ein Haken. Ich hätt' die Kate hier oben anhängen können. Ich hätt' die Kate hier oben anhängen können. Hier ist ein Haken. Aber wegen Wildpferd, äh, hab ich den scheiß Haken nicht gesehen. Oh, nein. Oh, ich hasse Jusquok. Ich weiß grad gar nicht, wie der Bämme das heißt. Es ist, ich glaube, Ball-Over? Ist es Ball-Over? Es... Nee. VALTHORS! Weeeee! Ha! Wie weit? Deswegen ist nicht der Anfang. Komm hoch. Wer ist hier in meinem Haus? Okay. Wer ist du die Finger davon? Hey. Will ich doch gerne haben. Weil dich habe ich vorhin nicht bekommen. Wegen deinen scheiß Dreckspirk. Willst du mal Butterhacken? Komm, lass dich lupen. Lass dich lupen. Ey, nicht so geplant wie es war, aber keine Ahnung. Ich nehme es. Und. Halt dich. Und dein Essenhaken. Den sehe ich diesmal. Oh Leute. Klappt gut die Runde. Ja, wird fertig. Weiß. Darum ist eh noch. Nein. 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 Das hat er jetzt nicht gemacht. Wieso ausgerechnet? Das hat er jetzt nicht gemacht. Nein. 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 Nehmen wir doch mal in den Klacken. Oh nein. Geht doch. Ich weiß. Ich glaube, der wollte schließen, oder? Ich glaube, der wollte schließen. Aber dass er ausgerechnet den Schrank schließen wollte. Ausgerechnet diesen Schrank schließen wollte. Wie geil ist das denn gewesen? Mach ich nicht so. Ist doch nicht so laut. Was ist das für eine Runde? Leute, was ist das für eine Runde? Wo ist der Haken? Hier ist ein Haken. Ich habe hier vorhin eine Fengmün gesehen. Ah. Ja, wo ist die Fengmün? Hier ist eine Meck. Ich habe hier noch eine Fengmün gehabt. Abgenommen. Sag mal. Meck. Meck, hier ist keine Palette mehr. Gibt es nicht. Meck. Komm mit. Sag mal. Mach dir einfach meinen Haken weg, damit ich ihn nicht auffällen kann. Jetzt. Liegst du wegen dir auf dem Boden. Denkst du echt, ich lasse die jetzt entkommen? Du, weil du so frech bist und meinen Haken weg machst? Nee, nee, nee. Der Haken ist bei uns eh gleich wieder, du kleine. Misch. Döck. Dein scheiß Wildpferd. Böse. Ah, bin ich da. Alle Wisch. Nice. War eine coole Runde. Ich muss nur mich kommentieren. Daran Wildpferd. Oh, Alex. Sie. Oh. Ah, dieses Block. Alter, Alter. Hilfe. Fähm dich. Alter, das mit dem Adam. Wie geil war das denn? Wie geil war das mit dem Adam? Nein. Oh, das war eine der coolsten Runden. Die war geil. Die war richtig cool. Noch mal schon im Abschluss heute. Cool. Ah, nice. Oh, nice.